willkommen zum neuen unboxing video hier auf meinem kanal heute packen wir ein lgb rhb ge442 aus mit der aufschrift klassie express mit der artikelnummer 28446 das fahrvideo da ich schon mal gleich voraus kann noch etwas dauern wegen sommer dass wir die gartenbahn nur im sommer aufbauen vielleicht machen wir das hier unten wieder wie bei der letzten gartenbahnloch die wir auf unserem kanal vorgestellt haben da müssen wir aber dann noch mal sehen jetzt packen wir sie aber schon mal aus wieder viel verpackungsmaterial so hier ist die rechnung oder der rechnungsbeleg das brauchen wir jetzt erstmal nicht das sind noch kataloge die man dazu bekommt hier jetzt von lgb hier ja kann man sich dann noch ein paar schöne modelle aussuchen oder anschauen was es noch auf markt gibt ok Okay. Oh? Jetzt kann jemand das aufn... Ah ja. Also von der... Warte. Mal einen kurzen Cut. Ich muss das ja mal rauskriegen. Das dauert ein bisschen. So. Da hab ich es jetzt schon geschafft. Ähm... Das besondere... Da seht ihr sich schon die Lok. Das besondere dieser Lok ist äh... Mit... Den Klassierexpress Aufschrift. Hier. Ähm... Ja und äh das äh... Nicht so wie die Lok die wir... Schon haben. Wir haben ja so eine schon. Also nicht mit der Klassierexpress Aufschrift. Aber die... Hat noch die alten Lichter. Und die ist ne modernere. Die hat diese eckigen Lichter. Da hat man auch Fernlicht. Mal... Aber das werden wir gleich mal alles... Uns anschauen. So. Das weiß ich immer noch nicht was das ist. Das ist... Irgendwas. Vielleicht für die Schiene. Das ist bei jeder LGB Lok dabei. Aber ich komm nicht drauf was das sein kann. Okay. Dann ist hier die Lok. So. Wie man die jetzt rauszieht ist jetzt wieder ein anderes Thema. Okay. Hier sind so... Teile drin. Hier die Kupplung und so weiter schützen. Da ist nochmal das zweite Teil von dem. Was ich nicht weiß was das ist. So. Die Lok ist ziemlich schwer. Ja. Da seht ihr. Die eckigen Lichter. Und was da... Drinnen ist. Leider kann ich die Lok nicht so lange heben. Hier ist noch ein rotes Teil. So ein Knopf. So ein Drehregler. Für sehr wahrscheinlich die Lautstärke. Ähm. Ja. Ist glaube ich ein neues Modell. Wo es gerade rausgekommen ist. Alter ist hier schwer auf. So. Wenn man jetzt hat. Hier nur so sich hingequiet hat. Ähm. Das ist noch eine Zurisskupplung. Die Kupplung gibt es nur auf der einen Seite mit Haken. Kann man den Haken noch dran montieren auf der anderen Seite. Auf der einen Seite. Ähm. Lokführer ist mit drin. Und da. Das ist vorne. Da hat es keinen Haken unten an der Kupplung. Das ist ja wahrscheinlich. Äh. Das ist eigentlich bei jeder Lok so gewesen. Bis jetzt hat. Das äh. Äh. Heb und senkbare Stromabnehmer. Von alleine heb und senkbar. Ja. Mehr kann ich euch ja jetzt auch noch nicht zeigen. Dann. Seid gespannt auf das Fahrvideo dieser Lok. Und das war es auch jetzt erstmal schon. Von der Lok. Ähm. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.